Hallo Freunde und herzlich willkommen zum Small YouTuber Tag. Ja, ich wurde getaggt und zwar von MissLizzyLP. Und das heißt, ich habe jetzt die sieben Fragen, die ich dann mal beantworten werde. Okay, Feuer frei. Fangen wir an mit der ersten Frage. Und zwar lautet sie, warum habt ihr mit YouTube angefangen? Also YouTube ist echt jahrelange mir vorbeigegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Lag auch daran, dass ich damals noch nicht wirklich festes Internet hatte, sondern nur so einen Stick an meinem Laptop. Und ja, so ein Stick hat der Datenvolumen, sich damit Videos anzugucken, macht nicht viel Sinn. Hab dann aber irgendwann einfach nur mal aus Neugier und Langeweile doch mal reingeschaut. Ohne jetzt irgendeinen gewissen Plan oder ohne irgendwas Bestimmtes gesucht zu haben. Einfach nur mal reingeguckt, was da so hochgeladen wird. Und dabei ist mir ein Let's Play aufgefallen. Und ich fand's cool. Da habe ich dann irgendwann entschlossen, okay, machst dir mal einen Kanal und abonnierst ein paar Leute. Und habe mir dann irgendwann gesagt, ja, eigentlich findest du das cool, probierst das doch mal selber aus. Ja, so klingt das dann los bei mir. Okay. Frage Nummer zwei. Wie lange seid ihr schon auf YouTube, beziehungsweise oder gibt es andere Channels? Andere Channels gibt es nicht. Ich habe schon mal überlegt, noch einen zweiten zu machen. Also auf dem einen wirklich nur RPGs und dann auf dem anderen noch ein paar andere Sachen. Aber das halte ich für nicht sehr sinnvoll. Ich spiele ja auch auf meinem jetzt nicht nur RPGs, sondern halt auch ab und an mal ein paar andere Sachen. Und das kann ja auf dem Kanal bleiben. Den Kanal gibt es, also Videos hochlagen, sagen wir es mal so. Das mache ich jetzt seit Mitte Juni 2013. Damals angefangen mit meinem damaligen absoluten Lieblingsspiel. Und zwar war das Dark Souls 1. Ich bin immer noch ein riesen Fan der Souls-Serie. Und ja, damit hat es begonnen. Okay. Frage Nummer drei. Wo seht ihr euren Kanal in fünf Jahren? Ähm, ähm, ja. Ist schwierig zu beantworten. Ich denke auf YouTube. Aber es ist ja keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich in fünf Jahren immer noch Lust habe, Videos aufzunehmen und hochzuladen. Oder die Zeit dafür habe. Oder was weiß ich. Ich kann es nicht sagen. Das weiß ich nicht. In fünf Jahren kann so viel passieren. Keine Ahnung. Kann ich jetzt so nicht direkt beantworten. Ähm, Frage Nummer vier. Welche Message wollt ihr mit euren Videos verbreiten? Ähm, ich habe ehrlich gesagt mir nie Gedanken darüber gemacht, irgendeine Message verbreiten zu wollen. Ähm, was ich mit meinen Videos will, ist einfach euch zeigen, wie viel Spaß ich daran habe, Videospiele zu spielen. Und, ähm, das ist ganz einfach mit euch zu teilen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier, äh, äh, ja. Ist das schon eine Message? Keine Ahnung. Aber das ist eigentlich so der Grund, warum ich Videos mache. Ja. Egal welche Plattform. Wir haben alle Bock zu zocken. Und ich will euch einfach mit meinen Videos zeigen, dass ich, wie viel Freude ich daran habe, Videospiele zu spielen. Und das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Ja. Okay. Fünftens. Kennen Freunde und Kollegen euren Channel? Beziehungsweise eure Videos? Ähm, ja. Also, durchaus nicht alle. Sind auch nicht alle so, ich sag mal, ähm, YouTube interessiert. Ähm, aber den einen oder anderen gibt's ja doch. Ob die jetzt alle, ähm, großartig meine Videos gucken, ja, der ein oder andere vielleicht, aber von meinen Freunden nicht viele. Meine Frau weiß natürlich Bescheid, ähm, die unterstützt mich damit auch sehr. Und, äh, findet das, findet das gut, was ich mache. Obwohl sie selber zwar auch ab und zu mal zockt, aber da jetzt nicht, nicht ganz. Ganz so drinsteckt, wie ich. Aber sie, sie hat nichts gegen meinen gelegentlichen Zockerwahn. Ja. Ja, ähm, meine Familie, meine Familie weiß, weiß es auch, hat es registriert. Aber, ähm, geht da mit sehr unemotional rum. Also, das ist jetzt nicht so, mein Vater ist sowieso der Meinung, dass ich zu alt bin, um sowas zu machen, äh, überhaupt, um, 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 zu zocken. Ähm, von daher, sie wissen es, sie haben es registriert, aber sind jetzt keine Fans. Hm, der einzige meiner Familie, der halt noch, ähm, so, so, ähm, zockt, ist halt mein Bruder. Ähm, aber der ist halt auch nicht auf YouTube unterwegs oder so. Da bin ich der Einzige. Ähm, was bedeutet euer Kanalname? Ja, ähm, also, Rilo zockt RPG ist ja, äh, äh, ja, relativ selbsterklärend. Rilo, das könnte man vielleicht sagen, ist, das ist ein Spitzname von mir, den ich auch schon seit Jahren hab. Und den hat mir irgendwann mal ein Kumpel verpasst. Ich kann heutzutage nicht mehr sagen, warum und in welchem Zusammenhang und weshalb und keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Irgendwann wurde ich so genannt und das hat sich dann auch so eingebürgert. Und ich hab nichts dagegen. Ich find Rilo, ja, cooler Name, warum nicht? Ne, und dann hab ich das halt auch übernommen. Jetzt so in, 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 was mein Playstation-Account angeht. Oder hier halt auf YouTube. Ja, und, ähm, zockt RPG heißt halt, ich spiel halt hauptsächlich RPGs, Action-RPGs, äh, alles, alles Mögliche. Ähm. Hab nicht alles hochgeladen, was ich spiele. Ähm, aber da wird in Zukunft noch einiges kommen. So, und dann sind wir auch schon bei siebtens angekommen. Ähm, wer sind eure Lieblings-Small-Tuber? Ähm, Lieblings-Small-Tuber. Äh, also, wen ich zur Zeit echt gerne gucke, ist zum einen Consolero-Boy, der sehr schöne Videos macht. Äh, zum Beispiel macht er zur Zeit auch ein Let's Play zu Risen 3. Ähm, schönen Gruß nochmal an dich. Äh, sei mir nicht böse, wenn du das hier, wenn du das hier siehst oder hörst. Ähm, ich kann dein Risen 3 Let's Play leider nicht gucken, weil ich mich sonst spoilern würde. Und du, äh, ähm, ja, in Gebieten unterwegs bist, da bin ich noch nicht gewesen. Äh, aber das nur am Rande. Ähm, aber er hat auch, ähm, jetzt zum Beispiel Child of Light hat er jetzt durchgespielt. Ähm, super cooles Spiel. Und auch, ähm, super cooles Let's Play. Und geht halt so in meine Richtung. Spielt halt auch RPGs. Hier haben Sacred 3 zum Beispiel leider noch gemacht. Fällt mir da gerade ein. Und, und, und. Ähm, ja. Was ich auch gerne gucke, natürlich, also Miss Lizzie LP hier, das macht ein schönes Let's Play zur Zeit zu Alien Isolation. Gucke ich sehr gerne. Ähm, und spielt halt auch noch andere Sachen. Kings of Amalur zum Beispiel. Und Darksiders. Ähm, wen könnte man noch erwähnen? Ähm, Mr. Furderus würde ich gerne erwähnen. Äh, der spielt viel Dark Souls. Also der hat jetzt zu Dark Souls 2, hatte ersten Let's Play, dann Walkthrough und noch einzelne Videos zur Erklärung zu irgendwelchen Covernants oder sonstiges gemacht. Finde ich super. Der hat sich da richtig mit beschäftigt und, und erklärt das auch alles echt toll. Also, da ich ja sowieso ein Fan der Souls-Serie bin, ähm, super. Finde ich klasse, die Videos. Und daran noch mal auch Gloomord gucke ich sehr gerne. Ähm, der zur Zeit leider keine Videos hochlädt. Ähm, aber auch der macht, also auch Dark Souls halt, ähm, super. Finde ich auch klasse. Macht das auch sehr, auf eine sehr sympathische und charmante, lustige Art und Weise. Finde ich, finde ich sehr schön. Ja, das sind halt so die, die ich, ähm, hauptsächlich gucke. Ich gucke halt so ansonsten auch immer, ähm, ähm, bei anderen Leuten mal rein. Ähm, schaue immer, was wurde heute hochgeladen, wer hat hochgeladen. Einfach mal reingucken, aber, ja, Geschmäcker sind halt unterschiedlich und man mag halt auch nicht alles, nicht? Also, aber, ähm, ja. Also, ich schaue da schon, schon auch, auch, auch viel bei Leuten rein, die ich jetzt nicht abonniert habe. Ähm, ja, das waren alle sieben Fragen. Ähm, jetzt hat die Lizzy ja, äh, 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 auch noch andere Leute getaggt. Ähm, hier war nicht zu entnehmen, ob man das tatsächlich machen muss. Ähm, ich würde es einfach mal machen. Und zwar würde ich den Konsolierboy taggen. Und würde ihn auch darüber mal informieren. Ich hoffe, er ist mir da nicht böse. Ähm, einfach nur aus reiner Neugier. Ich bin mit ihm ja auch, äh, viel in Kontakt hier über YouTube. Ähm, und von daher würde ich das gerne machen. Ja, ansonsten, ähm, war's das ja. Und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Und vielleicht sehen oder hören wir uns ja mal auf meinem Kanal. Schönen Tag noch euch. Schönen Tag noch euch.